Die Annalena mag die kleinen Kobolde so sehr. So ein Kobold ist doch süß und die brauchen wir so sehr. Ja, in Elektro-Batterien ist ein Kobold drin, hat Annalena gesagt und das als Außenministerin. Und die geht noch mehr und ein Jahr ist viel länger, bei ihr ist das eben so. 560 Stach, das ist ihr Bildungsniveau. Ja, Annalena sagte auch und das haut ein aus den Schuhen. Auf der Sonne kennt man Land, das ist klasse, man muss es nachts nur tun. Und wenn sie Englisch spricht, Mensch, da schmeiß ich mich weg. In enner Rede, da sprach sie von Hoffnung mit Speck. Sie kann auch Trampolin springen, ja, das macht sie wirklich toll. Doch regieren kann sie nicht. Alle haben die Schnauze voll. Ja, oh ja. Ja, oh ja.